Dann schickte ich mich zum Rundgang durch die Zimmer an. Darauf, die Komplimente der Herbergsgäste entgegenzunehmen, wollte ich nicht verzichten. Vor Abimelanis Tür angelangt, vernahm ich jedoch seinen wehmütigen Gesang. Der herzzerreißende Ton seiner Stimme beeindruckte mich so sehr, dass ich lauschend innehielt. »Ay, dunque pur vero! Dunque, dunque pur vero!« »Oh weh, also ist es doch wahr!« In süßester Weise wiederholte er die Strophe in immer neuen, überraschenden, melodischen Variationen. Ich war verstört von den Worten, die ich, so schien es mir, schon einmal vernommen hatte, doch wusste ich selbst nicht, wann und wo. Plötzlich durchzuckte es mich wie der Blitz. Hatte nicht Pellegrino, mein Padrone, mir erzählt, dass der alte Signor de Mouret, alias Fouquet, vor seinem Hinscheiden mit allerletzter Kraft einen Satz in italienischer Sprache gestammelt hatte? Nun erinnerte ich mich. Der Sterbende hatte genau die Worte der Aria hervorgestoßen, die Atto soeben intonierte. »Ai, dunque pur vero!« Warum nur, fragte ich mich, hatte der alte Fouquet seine letzten Worte auf Italienisch gesprochen? Ich entsann mich auch, dass Pellegrino gesehen hatte, wie Atto sich über den Greis beugte und Französisch mit ihm sprach. Warum hatte Fouquet dann diesen Satz auf Italienisch gemurmelt? Melani fuhr derweil mit seinem Gesang fort. »Dunque, dunque pur vero, anima del mio cor, che per novello amor tu cangiasti, cangiasti pensiero. Also, also ist es doch wahr, Seele meines Herzens, dass für neue, junge Liebe du geändert, geändert deinen Sinn.« Am Ende hörte ich ihn mühsam das Schluchzen unterdrücken. Hin- und hergerissen zwischen Verlegenheit und Mitleid getraute ich mich weder einzutreten noch zu sprechen. Ich empfand heftiges Mitleid mit diesem nicht mehr jungen Eunuchen. Die Verstümmelung, die durch die Gier des Vaters an seinem kindlichen Leib vorgenommen worden war, hatte ihm Ruhm geschenkt, ihn aber zugleich zu schändlicher Einsamkeit verdammt. Vielleicht hatte Fouquet mit all dem nichts zu tun, überlegte ich. Jener Satz, den der Oberintendant im Angesicht des Todes gesprochen hatte, konnte ja einfach ein Ausruf des Erstaunens vor dem Hinscheiden gewesen sein. Ich hatte gehört, dass dies bei Sterbenden keine Seltenheit war. Der Abbe hatte unterdessen eine andere Arie angestimmt, mit noch düstereren, angstvolleren Untertönen. Lascia speranza oi me, chio mi lamenti. Lascia chio mi quereli. Non ti chiedo merce, nono, non ti chiedo merce. Lass hoffnung, vehe mir, dass ich mich beklage. Lass, dass ich mich verziere. Ich bitte dich nicht um Gnade. Nein, nein, ich bitte nicht um Gnade. Er betonte den letzten Satz und wiederholte ihn ohne Ende. Was mochte ihn so quälen, fragte ich mich, während er in seinem gedämpften, zurückhaltenden Gesang schmerzlich versicherte, er wolle nicht um Gnade bitten. Da kam hinter mir Christopher nur des Weges. Er hatte seinen Visitenrundgang fast beendet. Der Ärmste, flüsterte er mir auf Atto gemünzt zu, er ist gerade der Verzweiflung nah. Wie wir alle übrigens in dieser niederträchtigen Eingeschlossenheit. Tja, erwiderte ich und dachte an Dulcibenis einsames Selbstgespräch. Lassen wir ihn in Frieden, damit er sich abreagieren kann. Um ihn zu untersuchen, werde ich später vorbeikommen und ihm einen Beruhigungstee verabreichen. Wir entfernten uns, während Atto unermüdlich weitersang. Lascia che mi disperi. Lass, dass ich verzweifle. Fünfte Nacht Vom 15. auf den 16. September 1683 Ich war melancholischster Stimmung, als der Abbe mich abholte, um erneut in die unterirdischen Gänge hinabzusteigen. Die Herbergsgäste hatte die abendliche Eutermahlzeit fühlbar aufgemuntert, mich jedoch leider gar nicht, da mich die rasche Folge von Enthüllungen und Entdeckungen über Muray und Fouquet wie auch Dulcibenis düstere Erkenntnisse schwer bedrückten. Und dies, meinem Tagebüchlein anzuvertrauen, hatte die Lage gewiss nicht verbessert. Der Abbe musste meine böse Seelenverfassung bemerkt haben, denn während wir voranschritten, versuchte er in keiner Weise, das Gespräch anzuregen. Auch er war übrigens nicht bester Laune, wenn auch sichtlich ruhiger als bei den klagenden Verzweiflungsarien, die ich ihn nach dem Abendessen hatte singen hören. Er schien unter der Last einer uneingestandenen Sorge zu leiden, die ihn seinerseits ungewöhnlich schweigsam machte. Für Belebung der Situation sorgten, wie zu vermuten stand, Ugonio und Chaconio. Die beiden heiligen Fledderer warteten schon eine ganze Weile auf uns, als wir unter der Piazza Navona zu ihnen stießen. »Heute Nacht müssen wir uns etwas Klarheit über die unterirdische Stadt verschaffen«, verkündete Melani. Er zog ein Blatt Papier heraus, auf das er schematisch eine Reihe von Linien gezeichnet hatte. »Hier, etwas in der Art hätte ich mir von diesen beiden Unglücksraben gewünscht. Stattdessen werden wir es selbst anfertigen müssen.« Es war ein summarischer Plan der unterirdischen Wege, die wir bisher zurückgelegt hatten. In der ersten Nacht waren wir aus der Locanda del Donzello durch einen Gang, den Atom mit dem Buchstaben A bezeichnet hatte, bis zu dessen Ausgang am Tiber gelangt. Im Gewölbe desselben Schachtes hatten wir später die Falltür entdeckt, durch die wir in den Gang gelangt waren, welcher zu den Ruinen des Stadions von Domitian unter der Piazza Navona führte und welchem der Buchstabe B entsprach. Von der Piazza Navona gelangte man durch das enge Loch, wo man sich bücken musste, in den Abschnitt C. Von hier zweigte die lang gestreckte Kurve ab, bezeichnet mit dem Buchstaben E, durch die wir Stilone Priasso gefolgt waren und die uns bis zu den mit Fresken ausgemalten unterirdischen Gemächern gebracht hatte, über welchen sich wahrscheinlich der Kanzleipalast erhob. Von dort waren wir am Arco degli Acetari ins Freie gelangt. Von C schließlich kam man linker Hand in den Abschnitt D. Von drei Gängen kennen wir den Anfang, aber nicht das Ende, nämlich von B, C und D. Es wäre klug, sie zu erforschen, bevor wir wieder eine Verfolgung aufnehmen. Der erste ist der linke Arm des Stollens, in den man kommt, wenn man durch die Luke hinaufgeklettert ist. Er führt in etwa Richtung Tiber, aber mehr wissen wir nicht. Der zweite Gang ist der, der von der Piazza Navona abgeht und geradeaus führt. Der dritte ist die Abzweigung nach links, auf die man in dieser Röhre stößt. Wir beginnen mit dem dritten, dem Gang D. Vorsichtigen Schrittes tasteten wir uns voran, bis wir ungefähr an die Stelle gelangten, wo Ugonio und ich in der vorigen Nacht gewartet hatten, während die anderen Stilone Priaso nachspionierten. Atto ließ uns anhalten, um anhand des Plans unsere Position abzuschätzen. Frülp, sagte Ciacogno, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Wenige Schritte vor uns entfernt lag etwas auf dem Boden. Abimelani befahl uns allen, stehen zu bleiben und näherte sich als erster dem Fundstück, um es zu begutachten. Dann winkte er uns heran. Es war eine kleine, umgefallene Keramikampulle, aus der etwas Rotes geflossen und nun schon angetrocknet dann nur noch getropft war. Blut. Von wegen ein Wunder, ächzte Abimelani erschöpft. Es hatte ihn nicht wenig Mühe gekostet, die heiligen Fledderer zu besänftigen, die überzeugt waren, dass es sich um eine der Reliquien handelte, nach denen sie unablässig fahndeten. Aufgeregt gurgelnd hatte Ciacogno mit trippelnden Schritten rundherum alles abgelaufen. Ugonio hatte versucht, die Ampulle an sich zu reißen und Atto hatte ihn davon abhalten müssen, ohne mit ein paar Knüffen zu geizen. Zuletzt beruhigten sich die heiligen Fledderer und wir konnten unsere Gedanken sammeln. Es handelte sich selbstverständlich nicht um ein Behältnis mit dem Blut eines Märtyrers. Der Gang D, wo wir die Ampulle gefunden hatten, war weder eine Katakombe noch ein Kolumbarium oder ein anderer heiliger Ort der Antike, erinnerte uns Abimelani, und ermahnte die beiden Schatzsucher zur Ruhe. Vor allem aber war das Blut, das es enthalten hatte, erst vor kurzem getrocknet. Es war sogar auf die Erde ausgelaufen. Daher stammte es von einem Lebenden oder einer vor wenigen Stunden verstorbenen Person und nicht von einem Märtyrer, der vor Jahrhunderten gelebt hatte. Atto wickelte das Fläschchen also in ein feines Tüchlein und schob es in seinen Justocor, worauf er mit dem Fuß die am Boden zurückgebliebenen Spuren schwärzlicher Flüssigkeit verwischte. Wir beschlossen, unsere Erkundung fortzusetzen. Vielleicht würden wir weiter vorne die Erklärung für das Geheimnis finden. Melani schwieg, doch seine Gedanken waren nur zu leicht zu erraten. Wieder ein unerwarteter Fund, wieder ein Gegenstand, dessen Herkunft nicht leicht zu enträtseln war. Wieder Blut. Wie schon in der vorhergehenden Nacht schien es mir, als neigte sich der unterirdische Weg zunehmend nach links. Auch das ist sonderbar, kommentierte Abimelani. Das hätte ich am wenigsten erwartet. Endlich schien der Stollen wieder nach oben zu führen. Anstelle einer Treppe fanden wir diesmal eine sachte Steigung. Plötzlich jedoch tauchte eine Wendeltreppe vor unseren Augen auf, deren Steinstufen geschickt im Erdreich verankert waren. Die heiligen Flederer schienen wenig geneigt, hinaufzusteigen. Ugonio und Chaconio waren schlechtester Laune. Nachdem sie auf die Bibelseite verzichtet hatten, mussten sie nun auch noch zusehen, wie ihnen das Fläschchen vor der Nase weggeschnappt wurde. Einverstanden, ihr bleibt hier, bis wir zurückkommen, räumte Melanie schließlich widerwillig ein. Als wir den Fuß auf die Treppe setzten, fragte ich den Abé, warum er sich denn gewundert habe, dass Gang D, durch den wir soeben gekommen waren, eine Linkskurve bildete. Ganz einfach, wenn du den Plan, den ich dir gezeigt habe, aufmerksam betrachtet hast, wirst du bemerkt haben, dass wir beinahe an unseren Ausgangspunkt zurückgekehrt sind, das heißt in die Nähe unserer Lokanda. Langsam erklommen wir die Stufen, bis ich ein trockenes Geräusch und Abemelanis klagende Stimme hörte. Er hatte sich den Kopf an einer Luke gestoßen. Ich musste ihm helfen zu drücken, bis die Holzbretter, die lose darüber gelegt waren, nach oben klappten. So gelangten wir in einen geschlossenen Raum, der beißend nach Urin roch und feucht war von tierischen Ausdünstungen. Wir befanden uns in einem Pferdestall. Eine zweirädrige Karosse stand dort, die wir kurz inspizierten. Ihr mit Wachstuch geschütztes Lederdach war auf einen Metallrahmen aufgezogen, den glatte Eisenknäufe zierten. Von innen war das Dach mit einem schönen rosafarbenen Himmel bemalt und die beiden Sitze waren mit bequemen Kissen versehen. Außerdem gab es noch eine gewöhnlichere, aber größere Kutsche mit vier Rädern, ebenfalls mit einem Dach aus Rindsleder, neben der still, aber von unserer Anwesenheit leicht nervös gemacht, zwei ältere, klapprige Pferde standen. Den schwachen Schein der Lampe nutzend, blickte ich ins Wageninnere. Dort erkannte ich, hinter dem Rücksitz aufgehängt, ein großes Kruzifix. Von dem hölzernen Kreuz hing eine Art kleiner Eisenkäfig herab und darin lag eine Glaskugel, in der man ein wenig undefinierbare, bräunliche Masse erkennen konnte. Auch Atto war näher getreten, um das Innere der Kutsche auszuleuchten. »Das muss eine Reliquie sein«, sagte er, die Lampe hochhaltend, »doch verlieren wir keine Zeit.« Überall standen und lagen, und beinahe wäre ich lärmend darüber gestolpert, Putzeimer für die Kutschen, Kämme, Striegel und Bürsten herum. Ohne uns länger als nötig aufzuhalten, erkannten wir eine Tür, die aller Wahrscheinlichkeit nach ins Innere eines Wohnhauses führte. Vorsichtig bewegte ich die Klinke. Es war abgeschlossen. Enttäuscht drehte ich mich zu Abimelani um. Auch er schien zu zögern. Wir konnten keinesfalls das Risiko eingehen, das Schloss zu sprengen, dabei von den Bewohnern überrascht und womöglich gleich zweimal verurteilt zu werden, wegen Flucht aus der Quarantäne und wegen versuchten Diebstahls. Es war schon ein Glück, dass wir zufällig im Stall niemandem begegnet waren, dachte ich, als ich plötzlich sah, wie sich eine monströse Hand mit langen Krallen auf Abimelanis Schulter legte. Wie durch ein Wunder unterdrückte ich einen Schrei, während Melani erstarrte und sich bereit machte, sich gegen den Unbekannten zu wehren, der ihn hinterrücksangriff. Ich befahl mir selbst, irgendetwas zu packen, einen Stock, einen Eimer, irgendetwas, um auf den Angreifer einzuschlagen. Zu spät das Individuum stand zwischen uns. Es war Ugonio. Ich sah Atofo entsetzen, erbleichen, worauf ihn ein heftiges Schwindelgefühl erfasste und er sich für einige Minuten setzen musste. Idiot, du hast mich fast umgebracht, vor Schreck, ich hatte dir doch gesagt, dass du unten bleiben sollst. Giacogno viteriert presencia, prätentioniert eure Direktion. Gut, gut, wir kommen gleich herunter, und was hast du da in der Hand? Ugonio streckte die Arme aus und betrachtete fragend seine beiden Hände, als wüßte er nicht, worauf Ator sich bezog. Mit der rechten umklammerte er jedoch das Kruzifix mit der Reliquie, das wir soeben in der Kutsche gesehen hatten. Tu es sofort zurück an seinen Platz, befahl Abimelani ihm. Niemand darf ahnen, dass wir hier eingedrungen sind. Und dann geh hinunter zu Giacogno und sag ihm, dass wir auch bald kommen, da hier oben offenbar nicht viel zu machen ist, fügte er hinzu und wies auf die Tür. Nachdem er das Kruzifix widerwillig zurückgelegt hatte, trat Ugonio an die verschlossene Tür, beugte sich zu dem Schloss herunter und betrachtete neugierig das Schlüsselloch. »Wozu verlierst du deine Zeit, du Untier? Siehst du nicht, dass abgeschlossen ist und dass auf der anderen Seite kein Licht brennt?« herrschte Ator ihn an. Eventualische Aufklavierung probierbar, um mehr Heil als Heilloses zu wirken, wohlverstehend, antwortete Ugonio ungerührt und zog aus einem verdreckten Mantel wie durch Zauberei einen riesigen Eisenring, an dem Dutzende, nein, Hunderte von Schlüsseln der verschiedensten Machart und Größe befestigt waren. Atto und ich waren sprachlos. Sofort begann Ugonio mit katzenhafter Geschwindigkeit, den klirrenden Bund abzutasten. Nach wenigen Sekunden hielten seine Klauen bei einem alten, halbverrosteten Schlüssel inne. Ugonio aufklaviert jetzt und um mehr Heiler als Heuchler zu sein, wenn der Verpflichtung genüge getan, dem getauften Jubel erwächst, sagte er leise kichernd, während er den Schlüssel im Schloss drehte. Mit einem Klicken sprang der Mechanismus auf. Später erklärten die beiden heiligen Fledderer uns auch diese so und so vielte Überraschung. Um sich Zugang zu den unterirdischen Gängen der Stadt zu verschaffen, mussten sie häufig durch Keller, Lagerhallen oder mit Riegeln und Schlössern versehene Türen in den Untergrund vordringen. Zur Lösung dieses Problems und Skrupuli mindernd und nicht Skrupel zu mehren, wie Ugonio betonte, hatten sich die beiden systematisch der Bestechung Dutzender Diener, Mägde und Lakaien gewidmet. Wohl wissend, dass die schlüsselgewaltigen Besitzer der Villen oder Häuser ihnen niemals ein Duplikat überlassen würden, hatten die heiligen Fledderer mit der Dienerschaft über die Nachschlüssel verhandelt. Im Gegenzug überließen sie dem Gesinde einige ihrer kostbaren Reliquien. Selbstverständlich hatten Ugonio und Schakonio bei diesen Tauschgeschäften darauf geachtet, nicht ihre besten Stücke herzugeben, aber zuweilen waren doch schmerzliche Opfer vonnöten. Für den Schlüssel zu einem Garten, von dem aus man in eine Katakombe an der Via Appia gelangte, hatten sie zum Beispiel einen wertvollen Splitter des Schlüsselbeins des heiligen Petrus herausrücken müssen. Es war schwer zu begreifen, wie bei Schakonios Gegurgel und Ugonios Verbal-Hieroglyphen ein solch komplizierter Handel zustande kommen konnte. Sicher war jedoch, dass die beiden die Schlüssel zu den Kellern und Fundamenten der Palazzi eines Großteils der Stadt besaßen. Und die Schlösser, von denen sie keine Schlüssel hatten, ließen sich oft mit einem der vielen anderen, mehr oder weniger ähnlichen Schlüssel öffnen. Als folglich Ugonios Schlüssel die Stalltür aufgesperrt hatte, hatten wir Gewissheit, uns in einem Wohnhaus zu befinden. Man hörte durch die Entfernung gedämpft Stimmen und Geräusche aus den oberen Stockwerken. Bevor wir die einzige noch brennende Lampe löschten, blieben uns ein paar Sekunden, um uns kurz umzusehen. Wir standen in einer großen Küche. Stöße von Tellern, ein großer Kessel, drei weitere Kesselchen, Eisenpfannen, irdene Schüsseln, Kupfertiegel, Backformen mit Eisengriffen, ein Näpfchen, mehrere Reinen und Kannen, Bettwärmer und Krüge. Die ganze Ausrüstung hing an der Wand oder stand in einer offenen Anrichte aus hellem Holz und einer kleinen Kredenz, und alles war von bester Qualität, so wie ich es mir für die wenigen Geräte gewünscht hätte, über die ich in der Küche des Donsello verfügte. Wir durchquerten den Raum und achteten darauf, nicht lärmend zu stolpern, etwa über einen der auf dem Boden abgestellten Tiegel. Auf der anderen Seite der Küche befand sich eine weitere Tür und so drangen wir in den nächsten Raum vor. Wir waren gezwungen, für einen Moment die Lampe wieder anzuzünden, die ich vorsichtig mit der Hand abschirmte. Wir standen vor einem Baldachinbett, über das eine gelb-rot gestreifte Atlas-Decke gebreitet war. An den Seiten ein paar Holztischchen und in einer Ecke ein abgenutzter Ledersessel ohne Armlehnen. Nach diesen alten Möbeln und dem abgestandenen Geruch zu urteilen, handelte es sich wohl um ein Zimmer, das nicht benutzt wurde. Wir bedeuteten Ugogno, er solle zurückgehen und im Stall auf uns warten. Im Fall eines überstürzten Rückzugs würden zwei Eindringlinge vielleicht noch verschwinden können, aber zu dritt wären wir sicherlich in die Klemme geraten. Auch das soeben besichtigte Zimmer verfügte über einen zweiten Ausgang. Nachdem wir die Laterne wieder gelöscht hatten, horchten wir an jener Tür. Es schien, als seien die Stimmen der Bewohner weit genug entfernt, sodass wir es wagen konnten. Behutsam öffneten wir und betraten den nächsten Raum, den vierten. Jetzt standen wir im Vestibül. Die Haustür, das konnten wir trotz der uns umgebenden Finsternis ahnen, lag links von uns. Vor uns, am Ende eines kleinen Flurs, führte eine in die Mauer eingelassene Wendeltreppe ins obere Stockwerk hinauf. Von dort kam ein zages Licht, sodass wir uns notdürftig orientieren konnten. Mit äußerster Vorsicht näherten wir uns der Treppe. Die Geräusche und Gespräche, die wir vorher von Weitem gehört hatten, schienen jetzt fast gänzlich verstummt zu sein. So wahnsinnig und überaus kühn mir die Idee heute vorkommen mag, Atto begann die Stufen hinaufzusteigen und ich hinterher. Auf halber Treppe zwischen Erdgeschoss und erstem Stock stießen wir auf eine Kammer. Sie war von einem Kandelaber beleuchtet und mit mehreren schönen Gegenständen ausgestattet, die wir kurz in Augenschein nahmen. Ich staunte über den Reichtum der Einrichtung. Dergleichen hatte ich noch nie gesehen. Wir mussten uns im Hause eines wohlhabenden Herrn befinden. Der Abé trat an ein geschnitztes Nussbaumtischchen, über das ein grünes Tuch gebreitet war. Er hob den Blick und bemerkte einige Gemälde von guter Qualität. Eine Verkündigung, eine Pietà, ein heiliger Franziskus mit Engeln in einem goldgestreiften Nussbaumrahmen, ein weiteres Gemälde, das Johannes den Täufer darstellte, ein Papierbildchen in einem Rahmen aus Schildpatt und Gold und schließlich ein achteckiges Bassrelief aus Gips, das Maria Magdalena zeigte. Ich sah einen Waschtisch aus Birnenholz, wie mir schien, sehr kunstvoll und geschickt gedrechselt. Darüber hing ein kleiner Christus aus Kupfer und Gold an einem Kreuz aus Ebenholz. Vervollständigt wurde die Einrichtung des kleinen Salons durch ein Tischchen aus hellem Holz mit schönen Schublädchen und zwei Stühlen. Nach wenigen weiteren Stufen erreichten wir den ersten Stock, der auf den ersten Blick wie ausgestorben im Dunkeln lag. Atto deutete auf die nächsten Stufen, die weiter hinaufführten und auf die ein stärkeres, stetigeres Licht fiel. Wir streckten den Kopf vor und sahen, dass in der Wand entlang der Treppe tatsächlich ein Leuchter mit vier dicken Kerzen steckte und oberhalb davon gelangte man in einen zweiten Stock, wo sich höchst wahrscheinlich in jenem Augenblick die Bewohner aufhielten. Regungslos blieben wir eine Weile stehen und spitzten die Ohren. Tiefe Stille. Wir schlichen weiter hinauf. Plötzlich jedoch ließ uns ein Krachen zusammenzucken. Im ersten Stock war eine Tür geöffnet und dann barsch wieder zugeschlagen worden und undeutlich waren zwei Männerstimmen zu hören gewesen. Dann näherten sich Schritte von den Zimmern her allmählich der Treppe. Atto und ich blickten einander angstvoll an. Ruckartig sprangen wir noch vier oder fünf Stufen hinauf. Hier oberhalb des Kerzenleuchters befand sich eine zweite Kammer, in die wir hineinschlüpften in der Hoffnung, daß die Schritte nicht die Treppe herauf und auf unser augenblickliches Versteck zukommen würden. Wir hatten Glück. Wir vernahmen, wie eine Tür geschlossen wurde, dann noch eine, bis schließlich keine Schritte mehr zu hören waren und noch viel weniger die beiden Männer stimmen. Unbequem in dem engen Raum auf halber Treppe niedergeduckt, wechselten Atto und ich einen Blick spürbarer Erleichterung. Auch hier schenkte uns ein Leuchter genügend Licht. Nachdem wir den Schrecken überwunden und aufgeatmet hatten, sahen wir uns um. Die Wände dieses zweiten Zimmerchens bedeckte ein hohes, reich bestücktes Bücherregal. Abemelani nahm einen der wohlgeordnet aufgereihten Bänder heraus, schlug ihn auf und überflog das Frontispeeds. Es war ein Leben der seligen Margarete von Cortona von einem unbekannten Autor. Atok klappte es sogleich wieder zu und stellte es an seinen Platz zurück. Dann gingen durch seine Hände das erste Buch eines Theatrum Vite Humane in acht Bänden, ein Leben des heiligen Philipponeri, ein Fundamentum Doctrine Motus Gravium Vitali Jordani, ein Tractatus Deordine Judiciorum, danach eine schöne Ausgabe der Institutiones Acmeditationes in Grecam Linguam und zuletzt eine französische Grammatik und ein Buch darinnen, die Kunst gut sterben zu lernen, erklärt wurde. Nachdem er auch diesen letzten kuriosen Band mit moralischem Hintergrund rasch durchgeblättert hatte, schüttelte der Abbe unwillig den Kopf. Was sucht ihr? fragte ich, so leise ich konnte. Das ist doch klar, den Besitzer. Heutzutage signiert jedermann seine Bücher, zumindest die wertvollen, mit seinem Namen. Daraufhin unterstützte ich Atto und durchforschte rasch das De Arte Gymnastica von Gerolamo Mercuriale, ein Vocabularium Ecclesiasticum und eine Verrätra Divini Amoris, während der Abbe mit einem Schnauben die Werke von Platon und ein Theater des Menschen von Gaspare de Villalobos überging, aber voll Überraschung ein Exemplar des Bacchus in der Toskana, jenes Francesco Redi begrüßte, der ihm so teuer war. Das verstehe ich nicht, flüsterte er nach beendeter Inspektion ungeduldig. Hier gibt es alles Mögliche, Geschichte, Philosophie, christliche Doktrin, alte und neue Sprachen, fromme Bücher, verschiedene Kuriositäten und sogar ein bisschen Astrologie, da, sieh her, die Geheimnisse der Gestirne von einem gewissen Antonio Carnevale und die Ephemerides Andree Argoli, aber in keinem Buch steht der Name des Besitzers. Da uns das Glück bis jetzt hold gewesen und wir nur um ein Haar nicht vom Hausherrn überrascht worden waren, wollte ich Atto gerade vorschlagen zu gehen, als ich auf ein Medizinbuch stieß. Das Erste. Ich hatte nämlich in einem anderen Fach gestöbert und ein Buch von Valesius in die Hand bekommen, dann die Medizina Septentrionalis und die angewandte Anatomie von Bonetus, ein römisches Antidotarium, ein Liber Observationum Medicarum Ioannis Kenki, ein Demali Hippocondriaci von Paolo Takchia, ein Kommentarium Ioannis Casimiri in Hippocratis Aphorismos, eine Enzyklopädie Chirurgica Rationalis von Giovanni Doleo und viele weitere Schriften über Medizin, Chirurgie und Anatomie. Beeindruckend fand ich unter anderem vier Bände einer insgesamt siebenbändigen Ausgabe der Werke von Galenus, die alle sehr schön in Zinnoberrotes Leder mit goldenen Lettern gebunden waren. Die übrigen drei standen nicht an ihrem Platz. Ich nahm eines der Bücher heraus, genoss es, den kostbaren Einband zu berühren und schlug es auf. Ein kleiner Schriftzug rechts unten auf dem Frontis Piz vermerkte Ioannis Tiracorde. Das gleiche überprüfte ich rasch, stand in den anderen Büchern medizinischen Inhalts. Ich hab's, flüsterte ich aufgeregt. Ich weiß, wo wir sind. Gerade wollte ich Atto meine Entdeckung mitteilen, da überraschte uns erneut das Quietschen einer Tür, die sich im ersten Stock öffnete, und eine und eine alte Stimme die rief Paradieser komm herunter unser Freund möchte gehen. Eine andere weibliche Stimme antwortete aus dem zweiten Stock sie werde sogleich da sein. Nun drohte uns also von zwei Seiten Gefahr die Frau die aus dem zweiten Stock herunter kam und der Hausherr der im ersten auf sie wartete. Das Kämmerlein hatte keine Tür und war außerdem zu klein, um sich unbemerkt darin zu verstecken. Wir würden entdeckt werden. Hören, begreifen und tun waren eins. Wie Eidechsen, die von einem Raubvogel verfolgt werden, huschten wir mit heimlicher Verzweiflung die Treppe hinunter, in der Hoffnung, das Erdgeschoss vor den beiden Männern zu erreichen. Anderenfalls wäre uns der Ausweg abgeschnitten gewesen. Der Augenblick der Wahrheit kam im Bruchteil einer Sekunde. Nach wenigen Stufen vernahmen wir die Stimme des Hausherrn. Und vergesst nicht, mir morgen euren köstlichen Likör mitzubringen, sagte er halblaut, aber in sehr juvialem Ton offensichtlich zu seinem Gast gewand, während die beiden sich dem Fuß der Treppe näherten. Es blieb keine Zeit mehr, wir waren verloren.